Jürgen Thormann ist tot, er war die deutsche Stimme von Michael Keen und Gandalf. Berlin, große Trauer bei Film- und Hörspielfans, Synchronsprecher und Schauspieler Jürgen Thormann im Alter von 96 Jahren. Seine Stimme war unverkennbar. Bekannt wurde Thormann vor allem als Synchronsprecher des britischen Schauspielers Michael Keen, 91, den er ab 1996 ausnahmslos seine Stimme lieh. Zudem war er die deutsche Stimme von Peter O'Toole und Gandalf aus Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Insgesamt sprach er fast 1400 Rollen, vorwiegend von Hollywoodstars. Auch bei Hörspielfans war Thormann bekannt. So übernahm er mehrere Rollen in der Hörspielserie Die 3. Erstmals trat er in der Folge und der Zauberspiegel im Jahr 1982 auf. Insgesamt wirkte er bei 16 Folgen mit. In dem 3. Podcast Der Bobcast erinnerte sich Thormann 2022 an die Aufnahmen im Hamburger Studio zurück. Vor allem schätzte er die Arbeit von Hörspielproduzentin Heike Diene-Körting, 79, Die 3, TKKG. Sie ist für mich eine der tüchtigsten, fähigsten und besten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe. Körting selbst würdigte den verstorbenen Schauspieler auf Deutsche Presseagentur Anfrage, Der wunderbare, humorvolle, großartige Schauspieler Jürgen Thormann hat unsere Welt verlassen, aber so unendlich viel hinterlassen für klein und groß, dass wir ihn niemals vergessen werden. Trauer in Hörspielwelt, Jahrhundertstimme ist verstummt Der Tod von Thormann löste in der Hörspielwelt große Trauer aus. Autor und Regisseur Kai Schwindt, 48, der den 3. Podcast produziert, schrieb auf Instagram, man lehnt sich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass hier wirklich eine Jahrhundertstimme verstummt ist. Thormann sei für ihn eine der Stimmen seiner Kindheit. Wandlungsfähig, aber immer unverkennbar er selbst. Untertitelung des ZDF, 2020